Guten Morgen. Ich heiße Franziska Binder. Ich bin 37 Jahre alt. Ich wohne in Wien. Ich bin Lehrerin. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich spreche auch Spanisch und Englisch. Guten Tag. Mein Name ist Peter Heinemann. Ich bin 35 Jahre alt. Ich komme aus Marburg. Ich bin Informatiker. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich lerne jetzt Japanisch. Hallo. Mein Vorname ist Sarah. Mein Familienname ist Monnier. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Frankreich. Ich bin Studentin. Ich studiere in Paris Medizin. Meine Muttersprache ist Französisch. Ich spreche sehr gut Englisch und ein bisschen Spanisch. Wie heißen Sie? Ich heiße Franziska Binder. Mein Name ist Peter Heinemann. Wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist Franziska. Wie ist Ihr Familienname? Mein Familienname ist Binder. Mein Familienname ist Heinemann. Wie alt sind Sie? Wie? Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin 35 Jahre alt. Woher kommen Sie? Ich komme aus Österreich. Ich komme aus Deutschland. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Wien. Ich wohne in Marburg. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehrerin. Ich bin Informatiker. Welche Sprachen sprechen Sie? Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich spreche auch Spanisch und Englisch. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich lerne jetzt Japanisch. Sind Sie Herr Mayer? Nein, mein Name ist Konrad Müller. Woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Studieren Sie in Berlin? Ja, ich studiere in Berlin Medizin. Wie alt sind Sie? Ich bin 25 Jahre alt. Sprechen Sie Englisch? Ja, ich spreche ein bisschen Englisch. Das ist Hans Behrens. Er arbeitet als Chemiker bei BASF in Ludwigshafen. Er ist verheiratet mit Susanne und hat zwei Kinder. Seine Hobbys sind Tennisspielen und Sprachenlernen. Das ist die Frau von Hans und die Mutter von Maximilian und Marie. Sie arbeitet als Managerin bei BASF. Sie liest gerne Kriminalromane. Das ist Marie, die Tochter von Hans und Susanne, die Schwester von Maximilian. Sie ist acht Jahre alt und singt im Chor. Das ist Maximilian, der Sohn von Hans und Susanne, der Bruder von Marie. Er ist vier Jahre alt und spielt gern Fußball. Das ist Martha, die Schwester von Hans. Sie ist geschieden. Sie arbeitet als Mathematiklehrerin. Sie spielt sehr gut Gitarre und hört gern Musik. Das ist der Bruder von Hans. Er heißt Martin. Er studiert Informatik in Bremen. Er spricht sehr gut Englisch und schreibt gern Online-Texte. Martin ist ledig. Sandra kommt aus Schweden. Sie wohnt jetzt in Hamburg und studiert dort Medizin. Sie ist ledig. Sie spielt gern Volleyball und liest gern Kriminalromane. Paolo kommt aus Spanien. Er wohnt jetzt in München. Dort arbeitet er als Ingenieur bei Siemens. Paolo spielt gern Fußball. Klaus wohnt in Berlin. Er ist Journalist. Klaus ist verheiratet und hat drei Kinder. Er schreibt Gedichte. Franziska wohnt in Wien. Sie ist Lehrerin. Sie ist geschieden. Sie hört gern Musik und singt im Chor. Wichtige Redemittel. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Hallo. Wie heißen Sie? Ich heiße Max Müller. Mein Name ist Max Müller. Wie ist Ihr Vorname? Wie ist Ihr Familienname? Mein Vorname ist Max. Mein Familienname ist Müller. Wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. Woher kommen Sie? Ich komme aus Spanien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Madrid. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehrer. Ich arbeite als Managerin bei Siemens. Was studieren Sie? Wo studieren Sie? Ich studiere Medizin in Berlin. Welche Sprachen sprechen Sie? Meine Muttersprache ist Italienisch. Ich spreche sehr gut Englisch. Ich lerne jetzt Deutsch. Ich bin ledig. Ich bin verheiratet. Ich bin geschieden. Ich habe zwei Kinder. Was sind Ihre Hobbys? Ich spiele gern Fußball. Ich singe im Chor. Ich lese gern Romane. Ich höre gern Jazzmusik. Ich schreibe gern Gedichte. Im Büro. Guten Tag. Suchen Sie etwas? Ja, mein Büro. Ich bin neu hier. Sind Sie Herr Heinemann? Ja. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Herzberg. Ich arbeite hier als Sekretärin. Kommen Sie. Hier ist Ihr Büro. Oh, das ist ein schönes Zimmer. Hoffentlich ist alles da. Dort stehen der Schreibtisch, das Telefon, der Computer, der Drucker, die Schreibtischlampe, der Stuhl und hier ist das Regal. Fehlt etwas? Nein, ich glaube nicht. Vielen Dank, Frau Herzberg. Vielleicht können wir später zusammen Kaffee trinken. Gerne. Meine Telefonnummer ist die 4422. Ganz einfach. Danke. Bis später. Bis später. Probleme im Büro Na, Herr Heinemann, wie geht es? Danke, gut. Ich habe ein kleines Problem, Frau Herzberg. Mein Drucker funktioniert nicht. Ich kann nicht drucken. Was? Das ist ein neuer Drucker. Ist der Computer auch kaputt? Nein, der Computer funktioniert. Das Telefon auch. Und die Lampe geht auch? Es ist eine alte Lampe. Die Lampe funktioniert gut. Also nur der Drucker? Ja. Ich komme gleich wieder. Ich frage mal Paul. Neu, alt. Schön, hässlich. Modern, unmodern. Bequem, unbequem. Klein, groß. Teuer, billig. Praktisch, unpraktisch. Interessant, langweilig. Hell, dunkel. In der Cafeteria. Was trinken Sie, Herr Heinemann? Kaffee, bitte. Bitte sehr. Danke. Geht Ihr Drucker jetzt? Ja, er funktioniert. Ich kann drucken. Wie finden Sie Marburg, Herr Heinemann? Marburg ist eine schöne Stadt. Das finde ich auch. Was machen Sie am Wochenende? Am Wochenende fahre ich nach München. Ich spiele dort im Universitätsorchester. Wir haben auch ein Universitätsorchester hier. Welches Instrument spielen Sie? Klavier. Und Sie, Frau Herzberg? Spielen Sie ein Instrument? Ich spiele ein bisschen Gitarre. Können Sie gut singen? Wir suchen noch eine Sängerin für unseren Chor. Nein, ich kann nicht singen. Ich spiele gern Volleyball oder Fußball. Ich bin ein sehr schlechter Fußballspieler. Spielt Ihr Mann auch Fußball? Natürlich. Mein Mann kommt aus England. Ach so. Und welche Sprache sprechen Sie zu Hause? Englisch und Deutsch. Sprechen Sie gut Englisch? Ja, ich spreche Englisch, Französisch und ein bisschen Spanisch. Das ist toll. So viele Sprachen. Die Wochentage. Die Arbeitstage. Am Montag arbeite ich. Der Dienstag. Am Dienstag lerne ich Deutsch. Der Mittwoch. Am Mittwoch tanze ich Tango. Am Donnerstag spiele ich Gitarre. Der Freitag. Am Freitag besuche ich Freunde. Das Wochenende. Der Samstag. Der Sonnabend. Der Sonntag. Am Wochenende fahre ich nach Berlin. Herzlich Willkommen. Wie geht es? Suchen Sie etwas? Vielleicht können wir später zusammen Kaffee trinken. Gerne. Bis später. Das ist ein schönes Büro. Hoffentlich ist alles da. Stuhl, Computer, Drucker. Fehlt etwas? Die Kaffeemaschine funktioniert nicht. Der Drucker ist kaputt. Ich kann nicht drucken. Was kostet der Bürostuhl? Der Bürostuhl kostet 500 Euro. Das ist teuer. Das ist ein teurer Stuhl. Die Verwaltung. Hier kann man Rechnungen bezahlen. Hier kann man Kaffee trinken. Die Kantine. Die Mensa. Hier kann man etwas essen. Das Sekretariat. Hier kann man Informationen bekommen. Die Bibliothek. Hier kann man Bücher und Zeitungen lesen. Das Sprachenzentrum. Hier kann man Sprachkurse besuchen. Wie finden Sie Marburg? Kochen Sie gern? Was machen Sie am Wochenende? Welches Instrument spielen Sie? Ich spiele Klavier. Ich kann leider kein Instrument spielen. Ich kann leider nicht gut Salsa tanzen. An der Rezeption. Guten Tag. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Grüß Gott. Grüß Gott. Haben Sie eine Reservierung? Nein. Wir haben leider keine Reservierung. Wir möchten gerne zwei Einzelzimmer. Zwei Einzelzimmer? Moment mal. Ja, Sie haben Glück. Wir haben noch Einzelzimmer frei. Wie lange möchten Sie bleiben? Zwei Nächte. Was kostet ein Einzelzimmer? Das Zimmer kostet 75 Euro pro Nacht. Mit Frühstück? Nein. Der Preis ist ohne Frühstück. Das Frühstück kostet 20 Euro extra. Das ist teuer. Hat das Zimmer einen Schreibtisch? Ich möchte noch arbeiten. Ja, alle Zimmer haben einen Schreibtisch, einen Fernseher, eine Minibar, ein Bad und WLAN. Gibt es auch ein Hotelrestaurant? Ja, natürlich. Ein italienisches Spezialitätenrestaurant. Gut, wir nehmen die Zimmer. Ich brauche noch Ihre Adresse. Hauptstraße 25 in Marburg. Wie ist Ihre Postleitzahl? 3 5 0 3 7. Danke. Zahlen Sie mit Kreditkarte? Nein, ich zahle bar. Und du? Ich zahle lieber mit Kreditkarte. Das sind Ihre Zimmerschlüssel. Der WLAN-Code steht hier. Ihre Zimmernummer ist die 405 und Ihre Zimmernummer ist die 407. Schönen Aufenthalt. Dankeschön. Danke. Informationen. Wie viel kostet ein Doppelzimmer im Hotel Zentral? Es kostet zwischen 69 und 89 Euro. Ist der Preis mit oder ohne Frühstück? Der Preis ist mit Frühstück. Wie viel Sterne hat das Hotel Krone? Das Hotel Krone hat zwei Sterne. Welche Besonderheit hat das Hotel Zentral? Das Hotel Zentral hat eine Tiefgarage. Wie ist die Zimmerausstattung im Hotel Krone? Die Zimmer im Hotel Krone haben eine Dusche, einen Haartrockner, einen Fernseher, ein Radio, WLAN und einen Schreibtisch. Wie ist die Adresse vom Hotel Krone? Die Adresse vom Hotel Krone ist Goethestraße 9, München. Wie viele Zimmer hat das Hotel Zentral? Das Hotel Zentral hat 56 Zimmer. Gibt es ein Fitnesscenter im Hotel am Park? Ja, im Hotel am Park gibt es ein Fitnesscenter. Wie viel kostet ein Drei-Bett-Zimmer im Hotel Krone? Ein Drei-Bett-Zimmer im Hotel Krone kostet zwischen 86 und 220 Euro. Liegt das Hotel Krone im Zentrum von München? Ja, das Hotel Krone liegt im Zentrum von München. Wie viel kostet ein Einzelzimmer im Hotel am Park? Ein Einzelzimmer im Hotel am Park kostet zwischen 255 und 325 Euro. Gibt es im Hotel Krone eine Tiefgarage? Nein, im Hotel Krone gibt es keine Tiefgarage. Wie viele Sterne hat das Hotel am Park? Das Hotel am Park hat vier Sterne. Kann man im Hotel am Park etwas essen? Ja, man kann im Hotel am Park etwas essen. Das Hotel hat ein Restaurant. Im Hotelzimmer Ist dort die Rezeption? Ja, Sie wünschen? Hier ist Peter Heinemann. Zimmer 405. Ich habe ein Problem. Nein, ich habe mehrere Probleme. Die Dusche ist kaputt. Es gibt keine Handtücher und kein Toilettenpapier. Und der Fernseher geht auch nicht. Das kann doch nicht sein. Bitte kommen Sie doch und sehen Sie selbst. Einen Moment bitte. Ich komme. Wir bringen das sofort in Ordnung. Was es in einer Stadt alles gibt. Die Touristeninformation Das Museum Das Theater Die Oper Das Kino Der Bahnhof Das Hotel Das Rathaus Das Restaurant Der Parkplatz Die Bank Die Post Die Universität Die Apotheke Das Café Der Supermarkt Wichtige Redemittel Auf Wiedersehen! Tschüss! Haben Sie noch ein Zimmer frei? Haben Sie eine Reservierung? Wir möchten gerne ein Doppelzimmer Wir möchten gerne ein Doppelzimmer Das Zimmer kostet 80 Euro pro Nacht Das Zimmer kostet 80 Euro pro Nacht Der Preis ist mit inklusive Frühstück Der Preis ist ohne exklusive Frühstück Das Frühstück kostet 20 Euro extra Das Frühstück kostet 20 Euro extra Ich brauche noch Ihre Anschrift Ich brauche noch Ihre Anschrift Wie zahlen Sie? Zahlen Sie mit Kreditkarte? Wir zahlen bar Hier ist Ihr Zimmerschlüssel Ihre Zimmernummer ist die 405 Schönen Aufenthalt Dankeschön Ich habe ein Problem Ich brauche neue Handtücher Das bringen wir in Ordnung Ich möchte heute Nachmittag etwas unternehmen Vielleicht ein Museum besuchen Das Museum zeigt technische Erfindungen Es hat eine Ausstellungsfläche von 50.000 Quadratmetern Im Museum kann man Bilder von Picasso bewundern Man findet dort viele bedeutende Kunstwerke Ich finde moderne Kunst sehr interessant Wann hat das Deutsche Museum geöffnet? Es hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet Wann öffnet und schließt das Deutsche Museum? Es öffnet um 9 und schließt um 17 Uhr Wie viel kostet eine Eintrittskarte? Eine Tageskarte kostet 7 Euro Der englische Garten bietet viele Freizeitmöglichkeiten Man kann einen Spaziergang machen oder ein kühles Bier trinken Beim Frühstück Guten Morgen Peter, wie geht's? Guten Morgen, danke gut Ich hab jetzt richtigen Hunger Ich auch Was nimmst du zum Frühstück? Hm, was für ein tolles Buffet Wo stehen die Teller? Dort Da liegt auch das Besteck Ach ja, ich sehe es Ich nehme erstmal nur Joghurt mit Früchten Nur Joghurt mit Früchten? Also ich esse zwei Brötchen mit Käse und Schinken Ein gekochtes Ei Und vielleicht noch zwei Scheiben Lachs Was möchten Sie trinken? Eine Tasse Kaffee, bitte Und ich möchte bitte einen Tee Einen Kräutertee Kräutertee und Joghurt mit Früchten? Du lebst wirklich gesund Ich nehme Ich nehme Ein Glas Orangensaft Eine Tasse Kaffee Zwei Scheiben Toastbrot Zwei Rühereier Butter Honig Und Joghurt mit Früchten Ich möchte bitte Zwei Brötchen Butter und Marmelade Ein gekochtes Ei Zwei Scheiben Lachs Ein Glas Orangensaft Und eine Tasse Tee Ich hätte gern Zwei Scheiben Vollkornbrot Etwas Frischkäse Eine Banane Einen Apfel Und eine Tasse Kräutertee Frühstück im Hotel Das Frühstücksbuffet 70% der Menschen Möchten im Hotel Ein Frühstück In Buffetform Das Frühstücksbuffet Kommt ursprünglich Aus Amerika Auch Gäste aus Deutschland Essen im Hotel Gern ein englisches Oder amerikanisches Frühstück Mit Käse Schinken Wurst Eiern Tomaten Obst Und Joghurt Im Gegensatz zu diesem Reichhaltigen Angebot Besteht ein Frühstück In Deutschland Oft nur aus Kaffee Oder Tee Brötchen Butter Und Marmelade In vielen Hotels Kostet das Frühstück Etwa 20 Euro Im Hotel Adlon In Berlin Bezahlt man 48 Euro Doch der Service Ist nicht immer gut Manchmal gibt es auch In teuren Hotels Beim Frühstück Unfreundliches Personal Kalte Eier Oder altes Brot In der Küche Geschirr und Besteck Die Tasse Der Suppenteller Das Wischtuch Die Serviette Die Gabel Das Salz Das Wasserglas Das Weinglas Der Kaffeelöffel Das Messer Das Kochbuch Das Küchenmesser Die Pfanne Die Schüssel Die Espressotassen Die Espressotassen Der Teller Der Löffel Der Pfeffer Der Topf Einkaufen beim Gemüsehändler Guten Tag Guten Tag Guten Tag Sie wünschen? Ich möchte bitte Zwei Kilo Kartoffeln Neue Kartoffeln? Ja, bitte Sonst noch etwas? Ja Drei Bananen Ein Kilo Äpfel Und drei Orangen Ist das alles? Ein Kilogramm Tomaten noch, bitte Woher kommen die Tomaten? Aus Holland? Das hier sind spanische Tomaten Und das hier sind holländische Tomaten Ich nehme die spanischen Tomaten Wir haben noch süße Mangos Die schmecken sehr gut Oh ja Da nehme ich noch zwei für meinen Obstsalat Und das ist alles Dann bekomme ich 15,60 Euro Haben Sie das Geld passend? Ja Dankeschön Danke auch Auf Wiedersehen Essen und Trinken in Deutschland Esskultur in Deutschland In Deutschland isst man dreimal am Tag Zum Frühstück gibt es oft Brötchen oder Brot mit Marmelade oder Käse Und eine Tasse Kaffee Die Hauptmahlzeit ist das Mittagessen Zwischen 12 Uhr und 14 Uhr Es besteht normalerweise aus Fleisch, Gemüse und Kartoffeln Auch Nudelgerichte sind sehr beliebt Viele Betriebe haben eine Kantine Dort essen die Mitarbeiter mittags warm In vielen Kantinen kann man auch vegetarische Gerichte bekommen Zum Abendbrot isst man in Deutschland traditionell nur einige Scheiben Brot mit Käse oder Wurst Doch viele junge Menschen bevorzugen auch abends Fisch, Fleisch, Spaghetti, Pizza oder einen Hamburger Als Getränk ist Kaffee die Nummer eins Außerdem mögen die Deutschen Bier und Wein Man kann Wein auch mit Wasser mischen und als Weinschorle trinken Ein besonderes Getränk in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland ist der Apfelwein Bei den Erfrischungsgetränken liegt das Mineralwasser an der Spitze Im Restaurant Guten Tag Guten Tag Einen Tisch für zwei Personen? Ja, bitte Hier ist die Speisekarte Möchten Sie schon etwas trinken? Ja, bitte Ich hätte gern ein Mineralwasser Ich nehme ein Glas Weißwein Die Getränke kommen sofort Was nimmst du? Hm, die Auswahl ist schwer Der Fisch ist hier sehr gut Ich glaube, ich nehme den Lachs Und du? Ich weiß nicht Vielleicht esse ich das Schnitzel Oder auch Lachs Ich esse sehr gern Fisch Letztes Jahr waren wir in Italien In Rom Dort gibt es ein ausgezeichnetes Fischrestaurant Ich glaube, es heißt Sardine Wir waren letztes Jahr in Japan In Japan isst man den Fisch oft roh Roh? Schmeckt das? Ja, es schmeckt gut Und es ist auch gesund Wir hatten Glück Mein Sohn studiert in Japan Wir waren zusammen in einem sehr guten Restaurant Ich war noch nie in Japan Hier sind Ihre Getränke Danke sehr Ich nehme den Lachs Ich auch Also zweimal den Lachs Ja, bitte Zweimal Lachs für Sie Danke Danke sehr Guten Appetit Danke, gleichfalls Wie war das Essen? Ja, danke Sehr gut Ich möchte bitte zahlen Das waren zweimal Lachs Ein Glas Wein Ein Mineralwasser Macht zusammen 37,50 Euro Herzlichen Dank Die Kartoffel Die Kartoffel ist schon sehr alt Sie kam im 16. Jahrhundert mit spanischen Seefahrern aus Südamerika nach Europa Schon ab dem 17. Jahrhundert war die Kartoffel in Europa das Hauptnahrungsmittel von armen Leuten Das Bild Die Kartoffelesser von Vincent van Gogh ist weltbekannt Es ist aus dem 19. Jahrhundert und zeigt die Kartoffel als wichtiges Nahrungsmittel in armen Familien Heute isst man Kartoffeln auf verschiedene Weise In Deutschland sind Salzkartoffeln sehr beliebt Salzkartoffeln kann man sehr einfach zubereiten Man schält die Kartoffel Danach kocht man sie mit etwas Salz In Belgien oder Frankreich isst man die Kartoffeln anders Man schneidet sie in Streifen und frittiert sie Dann heißen sie nicht mehr Kartoffeln, sondern Pommes frites Pommes frites haben aber einen großen Nachteil Sie enthalten sehr viel Fett Aus Irland kommt eine weitere Erfindung Die Kartoffelchips Das sind ganz dünne, frittierte Kartoffelscheiben Mit Käse und Zwiebeln Oder Salz und Essig In Form von Pommes frites oder Kartoffelchips Ist die alte Kartoffel auch im 21. Jahrhundert Ein modernes und beliebtes Nahrungsmittel Wichtige Redemittel Guten Morgen Ich möchte bitte eine Tasse Kaffee Ich nehme das Schnitzel Ich esse den Lachs Ich trinke ein Bier Ich hätte gern ein Glas Weißwein Wie schmeckt der Salat? Er schmeckt ausgezeichnet Er schmeckt schrecklich Ich finde ihn lecker Ich finde ihn ungenießbar Guten Appetit Zum Wohl Prost Die Rechnung bitte Ich möchte bitte zahlen Ich möchte bitte zwei Kilo Kartoffeln Ich nehme drei Bananen Ich brauche 200 Gramm Schinken Sonst noch etwas? Ist das alles? Ja, das ist alles Haben Sie das Geld passend? Schälen Sie das Obst Schneiden Sie die Äpfel Kochen Sie die Kartoffeln Braten Sie das Fleisch Geben Sie die Obststücke in eine Schüssel Vermengen Sie das Obst mit Zucker Ich esse zum Frühstück frisches Obst Zum Mittagessen Fleisch mit Kartoffeln und zum Abendbrot Spaghetti Ich trinke gern ein Glas Orangensaft Ich mag keine Tomatensuppe In Frankreich isst man viel Weißbrot In Frankreich trinkt man gern ein Glas Wein Zum Frühstück gibt es normalerweise ein Brötchen mit Marmelade Das Mittagessen besteht aus Fleisch und Kartoffeln Zum Abendbrot essen viele Menschen Brot und Wurst Kaffee ist sehr beliebt Viele Menschen mögen auch Schokolade Ein besonderes Getränk ist der Apfelwein Ein besonderes Getränk Ein besonderes Getränk Ein besonderes Getränk Ein besonderes Getränk